Hallöchen liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen im Wochenende und bei meiner neuen Bücherwoche. In dieser Woche habe ich insgesamt zwei Bücher geschafft. Es sind drei sehr tolle Neuzugänge bei mir eingegangen und die Woche war bestimmt von Game of Thrones. Allerdings nicht in Buchform, sondern in DVD-Form. Begonnen hat meine Buchwoche mit der Diamantkriegersaga, dem ersten Teil von Bettina Belitz, Damir's Schwert. Ihr findet unten in der Infobox, wann ich mit der Rezension beginne und das zweite Buch ist Raum von Anna Emma Donahue. Ich vermute mal, man spricht sie so aus. Ein Buch, das ich dann als nächstes gelesen habe. Auch hier die Anfangszeit der Rezension in der Infobox. Dann gibt es die Neuzugänge und ein bisschen Game of Thrones Geplauder. Und ja, guckt einfach nach unten und wenn euch nicht alle Themen interessieren, klickt dann einfach auf die Zeit, wo die Themen beginnen. Und ich denke, wir fangen auch direkt mit den Büchern an und wir starten mit der Diamantkriegersaga von Bettina Belitz. Ein Buch, das im CPT Verlag erschienen ist, mir auch von diesen zur Verfügung gestellt wurde mit 448 Seiten. Es ist der Auftakt einer Trilogie. Das Buch kostet 17,99, das E-Book 13,99 und es ist jetzt relativ frisch erschienen am 22. Februar. Es geht in dem Buch um die 17-jährige Sarah. Und Sarah hat eine sehr besondere Gabe, sie kann Diamanten singen hören. Und das macht sie sich natürlich auf der ein oder anderen mehr oder weniger legalen Weise, ja, im Grunde natürlich zu nutzen. Sie hat auch nur so ein bisschen was anderes an Fähigkeiten und hat aber zwei Herzen, die in ihrer Brust schlagen. Zum einen ist sie so ein bisschen die Gaunerin, die Diebin, die eben die Diamanten, die ihr zusingen, dann im Grunde auch, ja, verkauft und weitergibt. Zum anderen macht sie das aber, um ihre kranke Oma pflegen zu können und um ihr Wohl im Grunde, ja, weil sie um das Wohl ihrer Oma eben einfach besorgt ist. Diese zwei Gesichter fand ich unglaublich spannend, sehr interessant und auch wie sie es so für sich, ja, im Grunde richtig gemacht hat. Also, dass es in ihrer Welt so gepasst hat, also für sich selbst. Sie trifft dann auf Damir, ein sehr mysteriöser und, ja, anmodender junger Mann, der doch viele Andeutungen macht. Ja, wie formuliere ich das? Ohne zu viel zu beraten, zu viel verraten. Die Geschichte ist sehr spannend und es ist ein ein Wirrwarr, ein Labyrinth an Gedanken und viele, viele Infos, die man bekommen hat. Es gab viele Wirrungen, Irrungen, deswegen denke ich, ist ein Labyrinth ein ganz guter Ausdruck und ich hatte etwas ganz anderes erwartet. Ich hatte anhand des Klappentextes und auch anhand, ja, von Bettina Belitz, was ich von ihr schon gelesen habe und eben auch anhand des Covers eigentlich mehr Richtung High Fantasy erwartet. Das ist es aber absolut nicht. Wir sind hier wirklich in einer relativ normalen Welt mit leichten Fantasy-Elementen und das fand ich unglaublich schade, weil ich wirklich gedacht habe, wir sind hier in einer anderen Welt und auch dieses Diamant-Krieger-Saga, da habe ich mir einfach etwas ganz anderes darunter vorgestellt. Also unter Titel, Klappentext, Cover war die Erwartung wirklich eine andere und das war etwas, was mir dann ein bisschen schwer viel in diese Geschichte hinein zu kommen, die dann doch sehr viele Fragen aufgeworfen hat, auch so ein bisschen Sarah als Charakter nicht ganz greifbar war. Was sehr schön war, war der Schreibstil, den mag ich von Bettina Belitz sehr gerne, auch in diesem Buch. Er ließ sich sehr schnell lesen, was ja auch für ein Buch spricht, dass im Grunde keine Langeweile aufkam. Was manchmal aber auch gab, war teilweise, dass es ein sehr ungewohnter Stil war. Und ich fand auch, das hat ein bisschen zur Wirkung gehabt, dass Sarah auch manchmal für mich ein bisschen kompliziert wirkte. Und so hat ein bisschen der Bezug zur Protagonistin gefehlt, was dann eben ein Buch nicht so ganz tief gehen lässt, als wenn man eben, ja, im Grunde sich da irgendwie widerspiegeln kann oder dass, ja, die Dinge, die dann eben der Protagonist tut, dass man da nachvollziehen kann, mitgehen kann, fiebern kann. Und wenn da der Bezug einfach fehlt und nicht richtig aufgebaut wird, dann ist es einfach schwer, so richtig in die Geschichte einzutauchen. Mir hat auch die spezielle Magie sehr gut gefallen. Ich fand das sehr interessante Aspekte, tolle Ideen, es war ein tolles Setting und mir hat auch die ganze Buchatmosphäre sehr gut gefallen. Also es ist ein gutes Buch mit ein paar Schwächen und auch einfach dieser Hä? Was lese ich da? Effekt, weil ich eben auf etwas ganz anderes eingestellt war, als ich dann bekommen habe. Und das ist wirklich, ja, es ist einfach schade, weil ich glaube, manche schrecken jetzt vielleicht vor diesem Buch weg, weil sie sagen, oh, High Fantasy will ich nicht. Dabei ist es das nicht und jeder, der High Fantasy erwartet, zu diesem Buch greift, bekommt etwas ganz anderes. Also hier ist irgendwie Titel, Cover, Klappentext nicht so gut gewählt für die eigentliche Geschichte, finde ich zumindest persönlich und finde das echt schade, weil ich eben einfach etwas anderes erwartet habe und auch eigentlich in der Stimmung war für High Fantasy, was ich ja in letzter Zeit doch öfter bin oder durchgehend könnte ich zu High Fantasy greifen und das fand ich wirklich schade. Aber es ist ein gutes Buch, es ist ein guter Einstieg in eine Reihe, wo ich allerdings noch ein bisschen am überlegen bin, ob es weiter für mich geht. Also das muss ich auch ehrlich dazu sagen, weil ich einfach keinen Bezug zu Sarah habe und ich finde, den braucht man einfach, um dann mitzufiebern. Ja, meine Katze kommt schmusen. Und ja, es ist einfach ein bisschen schade, weil wie gesagt, ich habe einfach was anderes erwartet und war dann einfach so ein bisschen, hä, wo geht dieses Buch denn hin? Aber wirklich Atmosphäre toll, Setting toll, die Idee mit der Fähigkeiten sehr, sehr toll und auch, ja, Damir als mystischer und oder mysteriöser Charakter. Ja, 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 ich gucke einfach mal, ich weiß noch nicht, wann die nächsten Teile erscheinen werden. Die kommen ja im Grunde immer so in einem jährlichen, dreivierteljährlichen Abstand. Ich weiß auch nicht, ob die Saga im Grunde schon so weit fortgeschritten ist, wie weiter Bettina Beelitz ist. Vielleicht erfährt man da ein bisschen was auf der Leipziger Buchwesse, die ja schon nächste Woche ist. Ich habe da noch keine weiteren Infos irgendwie recherchiert, habe ja das Buch auch erst diese Woche gelesen. Ja, dann geht es direkt weiter mit einem ganz anderen Buch, was ich gelesen habe und auch jetzt zu diesem Zeitpunkt gelesen habe, weil ja demnächst die Buchverfilmung kommt und zwar Raum von Emma Donner-You. Ich vermute, man spricht sie so aus. Das Buch ist erschienen im Pipa-Verlag, kostet als E-Book und Taschenbuchausgabe 9,99 Euro. Es hat 409 Seiten und ist, glaube ich, 2011 oder 2012 erschienen. Ja, 2010, glaube ich, im englischen Raum und hier drin steht 2011, also vermutlich da. Habe ich mir bei Rebuy gekauft, war relativ günstig, ich glaube 3,49 Euro. Also dieses Buch kann man definitiv auch sich gebraucht schon mal suchen, wenn einem die 9,99 Euro vielleicht zu teuer sind für das Buch. Vor allem, weil das E-Book eben auch das gleiche kostet, was ich, wie schon mal in einem anderen Video gesagt, ein bisschen komisch finde. Ja, Raum. Ein sehr spezielles Buch. Also ich habe schon gewusst, was mich erwartet. Es geht ja hier um einen kleinen Jungen. Er ist 5 Jahre alt und lebt schon sein ganzes Leben lang in einem 11 oder 12 Quadratmeter großen Raum. Zusammen mit seiner Mama, die eben vor Jahren entführt wurde und in diesen Raum eingesperrt wurde und dort eben auch ein Kind zur Welt gebracht hat. Und unser kleiner Junge kennt nichts anderes als das, was sich in dem Raum befindet. Also er kennt als einzigen Mensch im Grunde seine Mama und Old Nick, das eben der Entführer seiner Mama sozusagen ist, das er aber gar nicht weiß. Aber wir das natürlich wissen oder erstmal erahnen und dann wissen. Er kennt die Möbel in seinem Raum, er kennt den Fernseher und er hat auch Freunde. Und zwar die Freunde, die eben im Fernseher bei ihm drin sind. Und wir erleben ihn eben zu seinem fünften Geburtstag und er bringt eben seine Mama mehr oder weniger auf die Idee, dass er das, was im Fernsehen angeblich echt ist, er eben auch wirklich in echt sehen möchte. Und so kommen dann verschiedenste Wendungen im Grunde in der Geschichte vor. Zu den Wendungen möchte ich aber gar nichts sagen, sondern wirklich um das Gefühl in diesem Buch. Ich habe gelesen, dass sich die Autorin an dem Fall Fritzl irgendwie vielleicht orientiert hat. Sie hat das damals sehr bewegt. Für alle, die es nicht wissen, Fritzl war ein älterer Herr, der seine Tochter, ich glaube 18 Jahre, 15 Jahre, in einem Bunker im Keller eingesperrt hat. Und mit ihr, ich glaube auch zwei, drei Kinder gezeugt hat und die auch in diesem Bunker gelebt haben. Und das hat damals sehr viel für Rohre gesorgt, gerade was diese Bunker anging, die ja glaube ich Österreich, war er Österreicher, da ganz normal sind, dass eben keinem aufgefallen ist, dass da ein Bunker ist. Und angeblich auch keiner gemerkt hat, wenn er dahin verschwunden ist. Auch so schien er wohl ein recht zwielichtiger Typ zu sein, der sich eben auch gerne mal mit jungen Thailänderinnen in Thailand Urlaub vergnügt hat. Und ich habe eben bei einem Interview gelesen, dass die Autorin sich eben nicht gefragt hat, was hat denn den Täter dazu gebracht, das zu tun, weil darum hat ja die Welt dann eigentlich gerätselt. Sondern wie geht es denen, die eigentlich nichts anderes kennen. Und damit meinte sie eben auch nicht die Mutter, in unserem Fall vom kleinen Jungen, sondern wirklich den kleinen Jungen, für den ja das eigentlich normal ist. Und das ist eigentlich das wirklich Beklemmende in der Geschichte, dass er das alles als normal sieht. Und eben durch ganz andere Augen sieht, wo unser eins denkt, das ist aber komisch, das nimmt er alles als normal. Und das ist auch eine tolle Idee, wie ich wirklich finde, das so rüberzubringen und auch eigentlich die Mutter hier drin zu loben. Auch wenn ich mit der Mutter nicht warm wurde in dem Buch. Um zu sagen, sie hat ihm ein normales Leben eigentlich gegeben und hat eben nicht gejammert und gemeckert und gesagt, draußen ist alles schöner. Sondern sie hat so getan, als wäre das eben alles schön und wunderbar. Und das ist wirklich etwas, vor was man eigentlich dieser Mutter hier in dem Buch und vielleicht sogar in dem echten Fall den Hut ziehen müsste. Das Buch, man kommt, ich persönlich kam unglaublich schwer rein. Es ist grammatikalisch eben auf einer Ebene eines Fünfjährigen. Also man hat, entschuldigt, wirklich das Gefühl, dass uns der Fünfjährige das erzählt. Es ist wirklich so, dass Sätze mittendrin enden, dass sie grammatikalisch falsch sind, er irgendwie keine Artikel verwendet. Was wohl irgendwie so ein bisschen darauf hindeuten soll, dass er die Dinge eben nicht als Sache sieht, sondern eben wie er eben seine Mama anspricht, springt er ihm dann eben auch Couch an oder Bett an und finde ich aber sehr gewöhnungsbedürftig. Und das Ganze verirrt sich leider irgendwie sprachlich auch, weil er dann aber dann wieder Wörter verwendet, die ich denke, die kennt kein Fünfjähriger. Zudem erschien es mir eigentlich sehr unlogisch, dass er so komisch spricht, denn seine Mutter, und das wird auch immer mal darin betont, eigentlich Wert darauf legt, dass er rechnen und lesen schreiben kann. Und ich glaube nicht, dass seine Mutter ihm so ein komisches Deutsch beigebracht hat. Und das sind so Dinge, die ich denke, die sind irgendwie nicht richtig durchdacht und das hat mir sprachlich einfach gar nicht gefallen. Klar kann ich verstehen, warum sie diese Sprache angewendet hat und ich hätte es aber schöner gefunden, wenn es sich einfach komplett durchgezogen hätte und ein bisschen logischer gewesen wäre. Also wie gesagt, für mich waren dann einfach so Logikfehler drin, wo ich dachte, nee, das passt irgendwie nicht. Und es gibt dann die ein oder andere Wendung, wo sich dann der Sprachstil verändert und man sich fragt, wo kommt denn der jetzt her? Also es war für mich nicht wirklich rundsprachlich, auch wenn ich die Idee grundsätzlich gut fand und eigentlich gedacht hatte, da kommt man irgendwann rein. Ich habe mir echt sehr schwer getan mit dem Sprachstil in der Geschichte und ich habe auch ganz aufs Kopfschütteln vor diesem Buch gesessen und gedacht, nee, das ist es irgendwie nicht. Die Idee, die Geschichte finde ich aber nach wie vor sehr gut. Ich fand das Buch, und das ist, glaube ich, einfach das richtige Wort, interessant. Ich kann nicht sagen, das Buch ist schlecht, ich kann nicht sagen, das Buch ist gut. Und es ist interessant und jeder muss einfach für sich wissen, ob er sich dieser Thematik aussetzen möchte, ob er sich dafür öffnen möchte und dann eben vielleicht auch mit einem Gefühl rausgeht, irgendwie was habe ich Interessantes gelesen. Und das ist so eigentlich wirklich so alles, was mir zu diesem Buch einfällt, weil mir eigentlich die Worte fehlen, um das zu beschreiben. Was mir sehr schwer fiel, war die Mutter, mit der kam ich gar nicht zurecht, auch dann, wie sie nach verschiedensten Wendungen so drauf ist, das konnte ich gar nicht verstehen. Ich habe auch die Entwicklung von unserem kleinen Jungen nicht so richtig nachvollziehen können und es war dann einfach nur noch, ja, ich lese es halt, weil es mich doch interessiert hat. Also das Interesse hat das ganze Buch eigentlich angehalten, auch wenn es wirklich zig Momente gab, wo ich dachte, ach, hör doch einfach auf zu lesen. Ich muss aber dazu sagen, dass mich der Film jetzt eigentlich weniger anspricht als vorher, weil ich wollte ja eigentlich das Buch lesen, um dann eben in den Film zu gehen. Und ich glaube, dass der Film tatsächlich eher etwas ist, was ich mir mal auf Sky anschauen werde und nicht ins Kino rennen werde. Weil ich habe kein Draht so richtig dazu gefunden und ich habe von vielen gehört, die das total bedrückend fanden, beklemmend und dann danach wirklich fertig waren. Ja, es ist bedrückend, das definitiv. Es ist eine ganz schlimme Vorstellung, eigentlich die, was die Mutter durchmacht, dass sie ein irgendwie zig Jahre in diesem Raum wohnt und keiner von uns möchte, glaube ich, eingesperrt werden. Nein, nein, wollen wir definitiv nicht. Aber es hat mir Gefühl gefehlt. Vielleicht ist es wirklich das, dass das eben nicht so rüberkam, weil es uns eben der kleine Junge erzählt. Und vielleicht wäre so ein Perspektivwechsel Mutter, Sohn cool gewesen. Ich weiß es nicht. Ich kann verstehen, dass das Buch ein Bestseller ist. Dass das auch verfilmt wurde, kann ich absolut nachvollziehen. Es ist interessant. Ich finde wirklich kein anderes Wort. Ja, es ist einfach so. Es tut mir auch echt leid, weil ich wollte eigentlich, dass es mich berührt und ja, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ja, weiter geht es mit einem Buch. Wann habe ich es angefangen? Gestern als E-Book ist mir das zur Verfügung gestellt worden vom Verlag. Und zwar Vera Ellis. Das Buch ist mir über den Weg gelaufen in Regensburg beim Booktuber-Treffen. Und ich habe lange mit Paddy rumüberlegt, ob wir uns das Buch kaufen. Sie hatte es dann sogar in Händen. Ich glaube, sie hat es dann wieder zurückgelegt. Ein Thriller in ganz anderer Art, der sich damit so ein bisschen beschäftigt, dass eben diese besagte Alice aus dem Titel Tod aufgefunden wird. Und jemand jetzt im Grunde versucht, mit all den Dingen, die sie in dieser Welt über Blog, Facebook, vielleicht auch andere Berichte über sie, weil sie dann auch Journalistin war, zusammenzufügen und überlegt, ob man den Menschen eben wieder zum Leben erwecken kann, anhand dieser Fragmente, die man zurücklässt. Und das finde ich unglaublich spannend, sehr, sehr interessant. Und ich habe jetzt die ersten, keine Ahnung, 50 Seiten vielleicht gelesen. Es ist ein bisschen schwierig, reinzukommen, aber ich denke, mehr dazu auf jeden Fall in der nächsten Bücherwoche. Ja, die dennoch Samstag kommen wird, auch wenn ich da selbst auf der Buchmesse bin. Ich werde gucken, dass ich die Freitag im Grunde abdrehe, damit ihr Samstag was zu schauen habt für alle, die nicht Samstags auf der Buchmesse sein werden. Und weil Sonntag werde ich nicht in der Lage sein, groß was zu drehen. Da werde ich mich nur ausruhen. Ja, also ein Buch, wieder eine ganz andere Richtung. Und das hat mich wirklich so angesprochen und ich war dann so happy, als das E-Book bei mir angekommen ist, dass ich es wirklich eigentlich direkt jetzt danach Raum gestartet habe. Aber wie gesagt, ich habe noch nicht viel. Das habe ich im Grunde dann erst gestern hoch angefangen. So, das war es so im Grunde mit den Büchern dieser Woche. Dann war meine Woche, ja, ich hatte meine erste Spätdienstwoche. Ich bin in meiner Firma ein bisschen in eine andere Abteilung gewechselt, was auch soweit ganz okay ist. Und habe eben jetzt auch eine Mittel- und eine Spätschicht. Die Spätschicht in Mittelschicht beginnt um halb 10 bis um 18 Uhr. Und die Spätschicht von 11 bis 19.30 Uhr. Und dementsprechend hatte ich morgens wieder mal ein bisschen Zeit. Also ich bin ja morgens sowieso jemand, der gerne ein bisschen länger Zeit hat. Also so, ich sage mal so eineinhalb Stunden finde ich persönlich ganz schön. War natürlich, als ich um 6 Uhr anfing, nicht so ganz möglich. Deswegen ist jetzt die Frühschicht sozusagen mit mir um halb 8 an. Das ist absolut in Ordnung. Da kann ich schön so auf halb 6 aufstehen. Das ist absolut ausreichend, auch mit meinem Schlaf. Und dementsprechend habe ich diese Woche doch tatsächlich auch gar die vierte Staffel. Ja, das ist natürlich sehr dunkel. Die vierte Staffel Game of Thrones Gesuchtet All Man Must Die. Denn die fünfte Staffel erscheint ja jetzt diese Woche. Am 17. hoffe ich, dass sie in meinem Briefkasten liegt. Ich habe sie nämlich bei Amazon vorbestellt. Und ja, ich bin einfach im Fieber. Ich bin in dieser Manie. Und ich würde am liebsten jetzt auch schon wieder zum dritten Buch greifen. Und ja, ich würde am liebsten gleich die ganze Staffel nochmal suchten. Also alle vier Staffeln. Und man hört, man entdeckt so viel Neues immer wieder beim Gucken. Und ach so, ach ja. Und aha. Und man versteht beim zweiten Mal um einiges mehr. Und man merkt eben schon, wenn Dinge passieren, ah, die führen dann da und dahin. Und dann ergeben Dinge wieder einen Sinn, weil man ja schon weiß, was passiert. Und das ist einfach, das macht einfach unglaublichen Spaß. Es ist unglaublich spannend. Die vielen Theorien, die sich um diese Serie handeln. Und auch um dieses Buch. Da kann man ja stundenlang im Internet rumsurfen. Man kommt immer wieder auf neue Theorien, neue Fakten. Was sich die Menschen dabei so denken. Und ich diskutiere darüber unglaublich gerne. Und ich bin einfach in dieser Welt gefangen. Und freue mich jetzt auch auf die fünfte Staffel. Die ich dann definitiv in meinem Urlaub, die dann ab nächster Woche beginnt, oder übernächste Woche, je nachdem, was ich sehen möchte. Also die Woche vor Ostern. Dann im Grunde, ja, anschauen werde. Jetzt machen wir einen kurzen Cut, weil ich glaube, so von der Zeit sieht er beiden schon recht blau aus. Und ja, kleine Pause. Und dann sind in dieser Woche drei ganz spezielle Neuzugänge bei mir eingezogen, auf die ich mich unglaublich freue. Und es sind ganz untypische Neuzugänge. Ich weiß auch noch nicht, wie ich sie in dem Neuzugänge-Video vielleicht einbaue. Oder ob ich das einfach mal so in einem kleinen Extra-Video dann abdrehe. Und zwar sind bei mir Malbücher angekommen. Und ja, darauf freue ich mich wirklich sehr. Und zwar begonnen, glaube ich, hat es mit Inseln der Stille. Ein Ausmalbuch von Beate Brömse, erschienen im Bassermann Verlag. Ein sehr, sehr schönes, sehr filigranes Buch. Also man kann das wirklich sehen, wie filigran hier ausgemalt wird. Da muss ich wirklich gucken, ob da meine Buntstifte, ja, im Grunde das Richtige sind. Und ich freue mich da sehr drauf. Das Schöne ist auch, dass Zitate auf der jeweiligen anderen Seite sozusagen sind, was mir sehr gut gefällt. Also wenn wir hier mal gucken, ein chinesisches Sprichwort. Ein Lächeln verzaubert den Tag. Super, super schön. Und ja, die Bücher sind eben auch schön aufklappbar, ohne dass irgendwas kaputt geht. Sehr, sehr toll. Ja, macht auf jeden Fall Lust auf Ausmalen. Und ich glaube, dass da auf jeden Fall ein Video von mir erscheinen wird zum Thema Ausmalen und warum und wieso. Und ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Dann das nächste Buch erschienen im MVG Verlag Kreativ. Und zwar Keep Calm and Color On, das Entspannungsmalbuch. Und ja, das sieht schon von außen mit diesem Fliederton super, super schön aus. Und auch hier, was das Schöne ist, es sind so vorgestanzte Seiten. Das heißt, man kann die hier auch sehr leicht sozusagen dann heraus trennen, wie man es manchmal aus Zeitungen zum Beispiel kennt oder Zeitschriften. Und kann dann die Bilder im Grunde auch herausnehmen und dann eben aufhängen. Oder man kann sie sogar herausnehmen, um sie dann auszumalen. Auch hier haben wir Zitate. Wer nach draußen schaut, träumt. Wer nach innen schaut, erwacht. Karl Jung. Und da ist schon was Wahres dran, oder? Also sehr gut. Er hat mir jetzt direkt gewallen. Also, ja, habe ich gut aufgeschlagen. Manchmal ist das so, ne? Und hier heißt es eben auch, für eine schnelle Entlastung versuche deinen Alltag zu entschleunigen. Und das, finde ich, klappt mit Malbüchern oder mit Malen überhaupt. Also, ganz, ganz toll. Und dann, ja, vielleicht das Highlight unter den Malbüchern. Und ihr könnt jetzt gerne mich komplett für verrückt halten. Ich halte mich selbst auch für verrückt. Denn, wie ist mein Spruch, lieber verrückt und glücklich als normal und schlecht gelaunt. Ja, es ist ein Game of Thrones Malbuch. Das offizielle Malbuch. Das Lied von Eis und Feuer erschienen im Penhaligon Verlag. Und alle drei Bücher wurden mir auch von den Verlagen jeweils zur Verfügung gestellt. Und man sieht hier schon in halb ausgemalter Form Sansa zusammen mit ihrem Schattenwolf Lady. Und das sind Illustrationen von John Howe, Levi Pinfold, Adam Stover, Yvonne Gilbert und Thomas Love Tomi. Es ist sehr schön gehalten. Ich weiß nicht, inwiefern man die Bilder so hochhalten kann. Aber ich zeige euch mal eins oder so ein bisschen die aufmachen. Und zwar haben wir zum Beispiel alle Wappen der Familien und eben dann auch ein Zitat oder Sätze im Grunde aus den Büchern zusammen mit dem Hinweis, aus welchem Buch das ist. Und neben, was haben wir hier? John Howe? Ach ja, der hat zum Beispiel, ja genau, der hat Herr der Ringe und den Hobbit mit unterstützt und gearbeitet. Zum Beispiel. Also auch Adam Stower kommt mir bekannt vor. Ich glaube, der hat Kinderbücher gemacht. Ja. Hier haben wir jetzt ein sehr schönes Zitat. Tolkiens Bücher werden in 3D verfilmt. Martin schreibt in 3D. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Finde ich irgendwie cool. Wobei auch Tolkien schon in 3D für mich zumindest geschrieben hat. Aber ja, wir wollen hier keine Diskussion erfüllen. Neben den Wappen haben wir zum Beispiel auch die verschiedenen Schlösser oder Burgen. Wir haben auch unterschiedlichste Charaktere aus Büchern. Also ja, und es steht eben immer ein bisschen was dazu. Und wie gesagt, auch aus welchem Buch. Und es ist sehr cool. Und ich freue mich da auch sehr aufs Ausmalen. Also selbst von innen, wenn man es so aufschlägt. Es ist wirklich absolut toll. Sehr, sehr schön. Und ich freue mich aufs Ausmalen. Nachdem ja jetzt erstmal die vierte Staffel Game of Thrones rum ist, habe ich freie Zeit zur Verfügung. Sozusagen. Und kann jetzt ein bisschen rummalen. Ja, so ist es. Was gab es noch in der letzten Woche? Ja, gar nicht allzu viel. Also es gab ja das Regensburger Booktuber-Treffen, was ich ja schon in der letzten Wochenrückblick ein bisschen vertieft hatte. Ansonsten, hörbuchtechnisch ist jetzt mein neuer Gutschein da. Für März bin ich jetzt im Grunde schon auf der Suche nach dem nächsten guten Hörbuch. Und bin ein bisschen an den Vorbereitungen für die Leipziger Buchmesse. Also ich habe jetzt einige Termine vereinbart und auch entdeckt mit Autoren zum einen. Und das andere sind dann eben, wenn Verlage oder sonstiges Termine haben, das versuche ich jetzt ein bisschen zu koordinieren. Ich werde am Samstag da sein. Für alle, die es vielleicht einfach noch nicht mitbekommen haben. Ich werde versuchen, so auf neun, kurz nach neun in Leipzig zu sein. Dann mich im Grunde auf dem Pressestand einzufinden. Und ja, da dann erstmal anzukommen. Ja, früh habe ich dann schon, ja, später Vormittag geht es dann los mit den ersten Terminen, die ich mir herausgesucht habe. Dann das ein oder andere Autorentreff. Um 15 Uhr ist das Blogger- und Booktuber- und Zuschauertreffen. Also wenn ihr Lust habt und am Samstag auf der Leipziger Buchmesse seid, wir treffen uns 15 Uhr vor der Messebuchhandlung. Buchhandlung, das hat sich in den letzten Jahren auch als Treffpunkt absolut bewährt. Weil man da wirklich viel Platz hat und auch wirklich nicht auffällt, wenn man ein bisschen lauter ist oder sonstiges. Was einfach bei so vielen Menschen natürlich der Fall sein wird. Freue ich mich sehr drauf. Und ich glaube, mein letzter Termin ist dann 16.30 Uhr, den ich jetzt schon so ein bisschen ins Auge gefasst habe. Ja, 16.30 bis 17 Uhr, glaube ich, geht das dann. Und ja, da freue ich mich unglaublich. Und dann danach, ja, mal gucken. Es gibt ja einen Ikea in Leipzig, mit dem liebäugle ich. Ich liebäugle aber auch mit dem Nova Eventis, weil es dort einen Lasch und einen Kiko gibt. Beides werde ich, denke ich, nicht schaffen. Aber ja, ich brüche den neuen Wohnzimmertisch, deswegen würde sich Ikea anbieten. Aber ja, ich muss mal gucken, wie ich da noch Lust habe und wie lange ich überhaupt auf der Messe bin und wie sich da die Konstruktionen dann ein bisschen ergeben und ja, wer da alles so ist und wer auch vielleicht spontan dann da ist und einfach man sich so ein bisschen zusammentut. Das war ja letztes Jahr dann auch ein bisschen spontaner. Und ja, ich werde allein auf der Messe sein dieses Jahr. Also, ich habe das, sag ich mal, relativ bewusst so entschieden, weil ich eben einfach auch die Begegnungen haben möchte, wie ich sie in diesen zwei Stunden Frankfurt hatte und ich eben auch dort verweilen möchte, wo ich verweile. Und wenn dann eben der Kaffee mit jemandem, den ich treffe, nicht nur eine halbe Stunde dauert, sondern eine Stunde, dann ist das eben in Ordnung. Und ich möchte da so wenig Zeitdruck wie möglich haben, auch wenn das natürlich in Abhängigkeit der anderen Termine so ein bisschen heavy sein wird. Also, ja, man muss dann ja trotzdem gucken, dass man dann dahin kommt. Das Schöne natürlich, sag ich jetzt mal an Leipzig, ist, dass alles ein bisschen übersichtlicher ist, alles ein bisschen näher beieinander ist, ein bisschen kleiner ist, man auch wirklich so von Halle 1 zu Halle 4 relativ schnell kommt, was ja in Frankfurt teilweise halt nicht so möglich ist, weil man halt dann wirklich einen Shuttlebus braucht und loshetzt und man sich da wirklich genau überlegen muss, in welcher Halle bin ich jetzt und renne ich in eine andere Halle. Das ist in Leipzig ein bisschen unkomplizierter. Also, das, ja. Ich werde das ein oder andere Buch mitnehmen, sogar dorthin, um eine Signatur zu erhalten. Ich bin ja sonst nicht so der Signaturen-Autogramm-Jäger, aber ein Buch werde ich auf jeden Fall mitnehmen und hoffentlich signieren lassen. Und ich habe auch gesehen, dass Sebastian Fitzek in Leipzig sein wird mit einem ganz speziellen Stand, auf den ich mich auch unglaublich freue. Also, ich habe es ja leider in Frankfurt nicht geschafft, da näher ranzukommen, aber ich glaube, Leipzig, es wird mal wieder Zeit für ein aktuelles Foto und ich werde da vorher vielleicht einfach mal mir einen antrinken, dass dieses Fangirl dann nicht so extrem sein wird. Oh, ja. Ich kann da gar nicht anders. Es ist leider einfach so. Es überkommt mich dann Schweigheit und... Oh Gott, ich stehe vor Sebastian Fitzek. Ja. Ansonsten freue ich mich natürlich auf all die Menschen, die auch kommen werden, egal ob Blogger, Booktuber, Zuschauer. Und wenn mich jemand sieht, bitte ganz offen einfach ansprechen. Ich werde nicht alle erkennen. Ich bin ja wirklich einer, der sich sehr schwer tut mit Gesichter merken. und wenn es euch beruhigt, ich laufe auch an meiner eigenen Oma vorbei. Also, von daher, macht euch nichts draus, aber macht euch bitte gerne bemerkbar. Ich würde mich echt freuen über den Austausch und wer da ist, einfach melden und damit wir alle einen schönen Tag zusammen haben. Ja, das... Danach habe ich dann eine Woche Urlaub. Ich freue mich unglaublich darauf. Ist ja der letzte Urlaub seit Oktober. Also, damit es die Weihnachtsfalltage vielleicht nicht so mit einrechnet und auch die Krankheit im Dezember nicht als Urlaub einrechnet, was er ja einfach nicht ist, wenn man krank ist. Aber darauf freue ich mich wirklich sehr. Also, ich freue mich. Und dann auch auf Ostern, gerade so einfach auf diese ruhigeren Tage. Ich bin ein Fan von Ruhe. Und ich mag ein hektisches Leben immer mal, aber ich mag es auch wirklich bewusst, Ruhe zu haben. Sogar Freitag ist der ruhigste Tag wahrscheinlich im ganzen Jahr. Und auch im Fernsehen, wenn man so möchte, auch im Radio, überall kehrt so Ruhe ein. Es fährt kaum jemand auf der Straße. Und das sind für mich so Tage, wo ich denke, ja, so kann es öfter sein. Weil ich glaube tatsächlich, dass in der Ruhe auch die Kraft liegt. Und wenn man nur laut und hektisch ist, dann geht einem irgendwann die Kraft einfach aus. Und ja, das habe ich ja am Beispiel 2014 auf 15 sozusagen gemerkt. Ja, nur Hektik geht eben nicht. Aber ja, ich freue mich sehr. Also, ich bin total gespannt jetzt auf die Buchmesse, weil man denkt, es ist nächste Woche tatsächlich schon wieder so weit. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt fiebern seit Frankfurt. Nein, nicht ganz. Aber ich bin da total happy und freue mich jetzt drauf auf diesen Tag und dass ich den diesmal einfach so gestalte, wie ich das möchte. Und ich mache das eigentlich immer so, könnte man jetzt denken. Aber man nimmt natürlich sonst immer Rücksicht, auch auf andere. Und wie gesagt, mir hat auch einfach in Frankfurt, haben mir diese zwei Stunden allein einfach auch gut gefallen. Also, ich fand es schön, meine Freundin dabei zu haben. Aber eben einfach so diese Gespräche und ich wünsche mir das einfach auch in Leipzig, dass das so, ja, auch so ein bisschen wie es in Regensburg war, wie ich es letzte Woche im Video gesagt habe, dass so dieses, dass das etwas tiefer Gehende einfach so ein bisschen nutzen kann. Also, ich werde jetzt kein intensives Gespräch wahrscheinlich mit Sebastian Fitzek führen können, aber auf so manch anderen, wo ich es jetzt noch nicht verrate, dass es da Gespräche geben wird. Aber ich weiß es und darauf kommt es eigentlich auch nur an. Ich führe ja auch diese Gespräche und die Kaffeetrinketermine nicht, um was zu erzählen zu haben, sondern die mache ich ja wirklich für mich und deswegen verrate ich es noch nicht. Und wenn Fotos entstehen, wird es natürlich ein Video auf jeden Fall dazu geben. Mal gucken, welche Kamera ich mit mir rumschleppe. Ich denke, ich nehme die kleine Digicam von meinen Eltern mit. Oh, jetzt hat meine Katze irgendwas auf ihre Decke gelegt. Blöd, der E-Book-Reader. Na, kann sich drauflegen. Weil die Kamera hier ist mir definitiv zu groß und zu schwer. Ja, aber was rede ich lange. Also wenn ihr am Samstag in Leipzig auf der Buchmesse seid, dann meldet euch einfach. Würde mich unglaublich freuen, wenn wir uns treffen. Auch vielleicht einfach unabhängig vom Blogger treffen, wer sagt, hey, ich habe da und da vielleicht einfach mal oder hast du Lust, mit mir gemeinsam durch Halle 3 zu laufen oder Halle 2, Halle 1. Meldet euch einfach. Da können wir, denke ich, auf jeden Fall irgendwie zueinander finden. Und ich freue mich unglaublich drauf. Und ja, jetzt atmen wir mal tief durch. Und das war es irgendwie viel, bla bla. Aber okay. Ja, sonst gab es diese Woche gar nichts groß Spektakuläres. Es ist wirklich so ein bisschen Messevorbereitung, Termine gucken, wer was wann wo und auch wirklich so ein bisschen die privaten Termine zu koordinieren. Und ja, die Woche habe ich eine normale Frühwoche bis 16 Uhr. Freue ich mich drauf, dass man da einfach dann ein bisschen was noch vom Nachmittag hat. Und ja. Ja. Ich überlege gerade. Ich habe, glaube ich, nichts vergessen. Nein. In zwei Wochen ist Ostern, Leute. Es ist echt unglaublich, wie die Zeit vergeht. Draußen ist noch eher so ein bisschen komisches halbes Winter, Anfang Frühlingswetter. Ich hoffe, dass ist Ostern ein bisschen schöner, dass man ein bisschen raus kann. Ich weiß, mich sperrt im Winter keine Ein. Das würde ich damit auch nicht sagen. Aber einfach, dass man schönes Wetter hat, um draußen rum zu gürgen sozusagen. Und ja, ich hoffe auch, dass nächste Woche das Wetter einigermaßen gut ist und nicht irgendwie eine Winterrückkehr ist und Schnee kommt. Weil wenn ich da auf der Autobahn unterwegs ist, möchte ich möglichst freie Straßen und keine Klatten. Da bin ich nämlich kein Freund von. Ich freue mich nicht über Schnee und dass ich da mit dem Auto unterwegs bin. Also ich habe noch Winterreifen drauf. Die werden noch dieses Jahr erst im April wegkommen. Aber es wäre schön, wenn es so einfach ist wie jetzt. Oder Regen lasse ich mir auch eingehen. Aber Schnee ist nicht so in meinem Fall. Aber gut, lange Räder, kurzer Sinn. Ich denke, das Video ist jetzt auch lange genug. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß gerne in die Kommentare. Wenn ihr auf der Leipziger Buchmesse seid, auf was ihr euch vielleicht auch besonders freut. Auch vielleicht ein bisschen, wenn ihr Fragen wünsche irgendwie zu den Malbüchern oder so habt, dann immer gerne her damit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende, einen schönen Samstag, einen schönen Sonntag. Erholt euch gut. Und für jeden, der es dem natürlich schon möglich ist, lasst euch auf jeden Fall gut gehen. Und ja, nun wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.